Ich muss bald anfangen, ich hätte früher anfangen sollen, ich habe noch Zeit, ich muss mich jetzt noch nicht darum kümmern. Und diese Prokrastination, dieses Aufschieben oder Aufschieblitis, wie es auch genannt wird, das ist ein tatsächliches Problem, was sehr viele haben, auch gerade wenn wir viel zu tun haben. Und warum machen wir das? Warum ist das so verbreitet? Naja, ich glaube, der Hauptgrund ist, dass wir Angst haben vorm Scheitern. Wir schieben das auf, weil wir Angst haben, dass es nicht klappt. Und wir sind vielleicht perfektionistisch, wir wollen, dass es hervorragend wird und da spielt eben auch diese Angst mit, dass es eben nicht so gut wird, wie wir es uns vorstellen. Und oft wissen wir auch nicht, wo wir anfangen sollen und es macht einfach keinen Spaß. Aber wir müssen uns absolut klar machen, dass einmal es führt dazu, dass wir einfach Möglichkeiten, dass wir Chancen verschenken. Denn nichts zu tun ist auch eine Entscheidung. Nichts zu tun ist auch etwas. Und wir müssen uns klar machen, dass eben das eine Gewohnheit ist. Es hat nichts mit unserem Charakter zu tun, es ist einfach eine Gewohnheit und wir müssen uns umgewöhnen. Sobald wir eben verstehen, dass es eigentlich unsere Angst ist, zu scheitern, dass es unser Perfektionismus vielleicht ist, ist es leichter, es doch in die Hand zu nehmen. Was mache ich, um diese Prokrastination hinter mir zu lassen? Und dazu eben ein paar Ratschläge. Also, zum einen, wenn du ganz viele Aufgaben vor dir hast, es hilft dir sehr, dir ein kleinere aufzuteilen. Ein kleinerer Häppchen, damit du siehst, irgendwie Licht am Ende des Horizonts. Das ist das Erste. Wenn du etwas geschafft hast, belohne dich dafür. Das ist ein schönes Gefühl und du konditionierst dich so praktisch selbst, um etwas zu schaffen. Tu irgendwas. Nichts zu tun bringt nichts. Auch wenn du irgendwas ganz Kleines machst, tu irgendwas. Sei kein Perfektionist. Perfektionismus steht dir im Weg. Und ich kenne sehr viele Leute, die so perfektionistisch sind, dass sie gar nichts machen. Und fange mit den unangenehmsten Sachen an, überhaupt, am Tag. Dann hast du das Unangenehme erledigt und dann kann der Tag richtig anfangen. Zeitmanagement-Guru Lothar Seibert ruft mich, wenn er mit mir telefoniert, er ruft mich immer um 8 Uhr morgens an. Also das ist immer das Erste, was er macht tagsüber. Und er lebt eben nach diesen Devisen. Also nochmal. Die großen Sachen in kleine Teile aufteilen. Belohne dich selbst immer für das, was du geschafft hast. Tu irgendwas. Sei kein Perfektionist. Und fange mit den unangenehmen Sachen an.